immer mehr wissenschaftler sind der meinung dass das läppchen vor dem mund und auch der meter anderthalb meter oder zwei meter abstand dass das nicht hauptsächlich die gründe sind dass diese krankheit nicht weiter verbreitet wird also sie würden überhaupt nicht das resultat haben welches man sich davon erwartet sondern im gegenteil sogar teilweise ja andere dinge bewirken ein eigenes video dazu kommt noch ein recherche video auch mit zahlreichen studien das ist in der mache also da sind ganz viele studien drin und auch dinge die wir tun müssen aber ich will es in diesem video noch mal erklären was ist das allerwichtigste was ist das allerwichtigste was wir tun können um uns zu schützen auch dazu gibt es inzwischen mehr und mehr studien eigentlich weiß es jeder eigentlich weiß es auch jeder der einen gesunden menschenverstand hat das immunsystem schützen unser immunsystem ist sehr 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 wichtig womöglich sogar gemeinsam mit unserem herzen mit unserem ganzen körper aber es gehört zu den wichtigsten dingen wer ein gesundes funktionierendes immunsystem hat der wird auch nicht so schnell krank der bekommt auch nicht so schnell krankheiten seit der mensch lebt seit der mensch auf dieser erde ist der allererste mensch oder die ersten menschen und seit wir geboren wurden sind wir umgeben von krankheiten bakterien viren vollkommen egal wir sind umgeben sie sind überall man kann eine krankheit bekommen oder man kann sie nicht bekommen es liegt auch am immunsystem ein starkes gutes immunsystem ist die voraussetzung dafür dass ich nicht krank werde und in unserer westlichen gesellschaft haben die meisten menschen kein funktionierendes ein zumindest 100 prozentig gut funktionierendes immunsystem mehr mehr als die hälfte der menschen in den niederlanden ist eine niederländische studie hat eine mehr oder weniger chronische krankheit bluthochdruck diabetes alles mögliche herzprobleme mehr als die hälfte hat eine mehr oder weniger chronische krankheit das ist schon eine irrsinnige zahl ungefähr 20 prozent der älteren menschen in altersheimen in pflegeheimen sind chronisch unterernährt haben einen chronischen defizit an vitamine haben also ernährungs defizite weil sie womöglich da sehr sehr oft das gleiche essen vieles kommt aus einer großen kantinen küche es wird viel mit fertig produkten gearbeitet in den meisten altersheimen pflegeheimen wird wie sehr sehr wenig mit frischen produkten gearbeitet weil es halt bequem ist weil sonst der koch mehr zeit braucht oder man mehr köche einstellen muss das ist teurer das spart man und deswegen wegen bekommen die älteren menschen sehr sehr oft ja fertig produkte und ernährung nahrung produkte die nicht so viele vitamine und ja nährstoffe haben wie frische produkte die man schnippeln muss und die man schälen muss und die man auch mit viel großen kartons oder mit großen kisten bringen muss wo man auswählen muss und 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 das sind alles dinge die frische ernährung ist halt meistens ein bisschen aufwendiger dafür aber viel besser 20 prozent der älteren menschen sollen laut dieser studie in pflegeheimen und altersheimen sollen nahrungsdefizite haben also sind chronisch unterernährt das heißt nicht dass sie also nicht genug zu essen bekommen sondern das heißt vor allen dingen dass sie nicht genug nährwerte ernährstoffe und vitamine vitaminpräparate bekommen in england und in schweden gibt man deswegen seit jahren schon vitaminpräparate den menschen in altersheimen und pflegeheimen und man hat festgestellt dass das das immunsystem verbessert also ein starkes gesundes immunsystem eigentlich sollte jetzt in dieser zeit das hauptthema in den medien in unseren fernsehen hörfunk zeitungen zeitschriften überall sollte das hauptthema sein das immunsystem unsere gesundheit nicht die krankheit sondern die gesundheit wie bleibe ich gesund wie werde ich noch gesunder was muss ich tun was muss ich vor allen dingen lassen und was kann ich selber auch tun welche präparate sind womöglich gut ja wo hole ich mir frisches obst frisches gemüse esse ich ganz viel frische produkte gehe ich an die frische luft versuche ich so wenig wie möglich mit diesem läppchen rumzulaufen weil ich brauche eine tiefe atmung ich brauche eine möglichkeit tief und fest durchzuatmen versuche ich so viel wie möglich in die natur zu gehen in den wald zu gehen draußen in den garten zu gehen und wenn ich im balkon habe auf den balkon zu gehen wenn ich nicht mal ein balkon habe in den park zu gehen nutze ich dafür meine freizeit sport treiben bewegen radfahren laufen spazieren gehen wenn es muss wenn wenn notwendig auch mit dem rollater oder keine ahnung mit ball spielen das sind die dinge die wichtig sind auch für die kinder vor allen dingen raus in die natur raus in die frische luft aber sehe ich da irgendwelche ratschläge ja natürlich das weiß jeder ist ja logisch aber es wäre nicht schlecht um das noch mal in die köpfe der menschen zu bringen und sie ihnen auch zu sagen hier liebe leute ihr schützt euch nicht mit einem läppchen und mit abstand ihr schützt euch vor allen dingen dadurch dass ihr gesund bleibt und noch gesunder werdet und das könnt ihr damit und damit und damit und damit zu tun tun man bekommt allerdings so den eindruck als wäre das gar nicht so erwünscht als wäre das gar nicht so wichtig wie kann das sein es gibt immer mehr studien zu diesen läppchen wie gesagt dazu kommt ein video und jeder muss dafür sorgen dass er gesund bleibt und das gegenteil passiert das gegenteil es wird immer mehr angst gemacht immer neue angst gemacht angst und unruhe und angst und unruhe sind die allerschlimmsten dinge die man einem immunsystem antun kann angst schwächt übrigens professor streg ist ja auch wieder aufgetaucht mit einer tollen neuen studie ich habe auch respekt vor diesem jungen professor der sich auch immer wieder traut mit etwas kontroverseren aussagen in die öffentlichkeit zu gehen respekt herr professor streg sie sind auch einer derjenigen der ja ihren job richtig verstanden haben und er auch aufklärt sehr sehr gut er hat jetzt auch wieder gesagt dass die übrigens die studie werde ich dann auch in dem video noch mal verarbeiten dass diese läppchen vor dem und gar nicht eindeutig bewiesen sind wie gesagt mehr und mehr wissenschaftler experten ärzte klären auf und sagen wir müssen weg von diesen von diesen maßnahmen wir müssen hin zu maßnahmen die vor allen dingen dazu führen dass der mensch gestärkt wird denn das was wir haben ist normal es ist normal wir haben immer in unserer umgebung immer krankheiten und ich habe das ja schon oft gesagt weshalb bekommt der eine es und bekommt der andere ist nicht das hängt einzig und allein mit unserem immunsystem zusammen wir müssen in eine situation hinein wo wir lernen uns wieder selbst zu lieben vor allen dingen und selbst zu lieben ja wir werden auch immer wieder weggebracht aus dieser aus dieser selbstliebe selbstliebe ist die beste voraussetzung dafür dass sich andere menschen lieben kann wenn ich mich selbst lieben kann wenn ich mich selbst mag dann kann ich auch andere menschen mögen dann kann ich andere tiere und die natur mögen ist vollkommen egal wie ich aussehe es ist vollkommen egal man kann ganz dick sein und sich total lieben oder ganz dünn sein und sich total lieben ich kenne menschen wo man vielleicht sagen würde das ist ja unser vorurteil wo man sagt wieso ist der so von sich selbst überzeugt oder sie es geht um die eigene innere einstellung zu einem selbst und die wird uns am liebsten immer wieder aberzogen wir werden die auch konfrontiert jeden tag mit schönheiten in den medien von denen 99 prozent bearbeitet ist die fotos werden alle bearbeitet sämtliche instagram fotos egal was wir sehen werden alle bearbeitet glauben sie nicht dass diese menschen in der realität so aussehen da habe ich übrigens auch gestern noch mal einen wunderschönen film gesehen mit der ganz alten oder alt 74 jahre alten ich glaube 75 jetzt oder 76 jahre alten katharine de neuf eine schönheit eine ja die grand damme des französischen kinos tolle film filme belle de jour wer erinnert sich nicht an diesen film und sie ist natürlich eine ältere dame aber eine dame mit stil wirklich mit stil und es war wunderschön zu sehen in diesem film ich habe den titel vergessen ich werde den noch mal raussuchen vielleicht mache ich auch ein video noch mal über diesen film in diesem film spielt sie also wirklich eine ältere schauspielerin die sehr egoistisch ist die ganze umwelt findet sie ihre eigene tochter findet sie egoistisch sie ist egoistisch sie ist schwierig aber sie hat ein gutes herz es ist eine tolle rolle und man sieht auch wie sie zu hause im schlafanzug rumläuft und im bademantel auch schick immer schick aber halt auch nicht geschminkt sie trinkt liqueur und raucht raucht wie ein schlot und ich glaube das macht sie auch in der realität ja französin halt also französisch ist altes kino grande damme der film ist neu der ist aus 2009 10 es spielt auch es spielen noch ein paar sehr bekannte schauspieler mit ich glaube juliet bin ich bin mir nicht ganz sicher und ein amerikanischer schauspieler der spielt ihren mann so und da wollte ich das wollte ich mich deswegen komme ich auf dieses auf diesen film auf diesen punkt weil sie sieht wenn sie raus geht immer schick aus ganz gepflegt sie ist auch zu hause gepflegt aber natürlich zurecht gemacht man sieht in diesem film sehr schön den unterschied das haben sie gut gespielt wo sie halt nicht geschminkt ist natürlich ist sie schon auch noch geschminkt denn es ist ja ein film es ist kino aber man sie sieht halt gespielt ungeschminkt aus und dann wenn sie raus geht halt sehr gut geschminkt und dann sieht sie halt ganz anders aus man kann halt auch mit make up eine ganze menge machen und das wollte ich dazu sagen es ist wichtig dass wir uns wieder selbst lieben dass wir uns mögen so wie wir sind dass wir unsere selbstliebe wiederfinden und diese selbstliebe auch hinaustragen mit einem lächeln mit einem strahlen mit anderen menschen kommunizieren wir lassen uns nicht klein kriegen es ist ganz wichtig dass uns das bewusst wird und wir werden auch nicht alle krank ja eines kann ich ihnen sagen und das ist womöglich für viele keine schöne nachricht wir werden alle sterben und zwar alle ohne einschränkung werden wir alle sterben diesen körper auf dieser erde werden wir alle verlassen aber unsere seelen die leben weiter und die kriegen einen anderen körper wenn sie ihre aufgaben hier gut meistern bekommen sie womöglich eine größere aufgabe ja manche sagen will ich gar nicht die aufgabe ist groß genug nun dann sind sie noch dabei ihre aufgaben zu lösen also lassen sie sich nicht beunruhigen in unruhe versetzen sorgen sie dafür dass sie gesund bleiben es sind überall bakterien überall auf dieser welt sind ganz viele bakterien und wir können nichts dagegen tun die sind einfach da die gehören mit zu unserer welt und die müssen auch dafür sorgen dass wir ein vernünftiges abwehrsystem bekommen